Musik Die Urnäischer Kreuz befindet sich unterhalb der Hauptstrasse Richtung Schwegal. In unserer heimlichen Gaststube mit je 20 bis 25 Sitzplätze haben wir aus Küche und Keller einiges zu bieten. Musik Musik Die Feinschmecker lassen sich von unserem Küchechef und seinem Team gerne mit traditionellen und neuzeitlichen Kreationen verwöhnen. Musik Musik Unser Festhaus bietet Platz für diverse Anlässe bis max. 100 Personen. Der moderne, traditionelle Saal ist sehr flexibel und individuell gestaltbar und mit bester Technik ausgerüstet. Bereits ab 20 Personen können Sie ein ganz persönliches Fest feiern. Musik Musik Die Gastgeberin und ihr Serviceteam sind für einen aufgestellten und kompetenten Service verantwortlich. Musik Er hat 50 Plätze und liegt direkt an der fliessenden Urnäsch. Musik Sollten Sie einen Anlass planen oder einfach noch gut essen wollen, rufen Sie uns doch an. Wir beraten Sie gerne. Es würde uns freuen, Sie als unsere Gäste begrüssen zu können. Musik Ihr Urnäscher Kreuz-Team Nein, wir bei uns nicht und den ganzen Tag ist er interessant, habe ich in Laation wijkertet werden, rufen Sie sichermo senses nicht. Wir sprechen damit. Wie ist das?